Leute was soll das ich hab nicht aufgenommen so eine ich habe gerade zwei kills gemacht ich hab den einen ersten pump hin gegeben oh mein gott ich habe ihnen pump hin gegeben mit einer blauen pump habe ihn dann gespicksert kann nicht wahr sein okay leute es ist so lächerlich das regt mich gerade richtig aus okay leute abonniere nicht vergessen okay leute grafik okay so leute so so ich verstehe auch nicht wo die gegner sind leute ja meine schwester damit und das ignoriert ist einfach so das ist der neue geburtstag gebaut bin ich zu dumm hier ist mir erstmal lecker kuchen so leute ich musste gerade einen cut machen bei einer nervigen schwester ich höre gegen da ich weiß nicht wo die sind ich müsste jetzt eigentlich reißen gucken so 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 wo ist der so 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 Leute, der war gefährlich. Ihr habt mich immer früher geärgert, ne? Ja, ja, hier, bam. Oh, oh, der Arme. Und diese drei, diese zwei haben die immer gedervt. Ja, Leute, ich weiß, meine Schwester nervt ein bisschen, glaube ich. Egal, man kann nichts machen. Ich habe vier Kills. Wie viele Leute leben? Ich weiß nicht, 27 oder? Ja. Ich will ein paar Kills, ich will ein paar schlechte Gegner sehen, bitte. So, Leute. Wo bleibt die Gegner? Nur 100 Meter. Hey, wo sind die? Oh mein Gott, jetzt ist die Grafik richtig gut, oder? Gerade war sie richtig gut. Ja, die ist relativ gut gerade. thinkschiedelt. Ja, wo ist das.